Endlich mal wieder Sonne, die beiden Mäuse rüppeln mal wieder rum, herrlich. Was ist denn heute überhaupt? Keine Ahnung, 17. oder 18. Januar? Ich weiß es gar nicht. Ich guck nachher nach. Das Gras ist auch lecker, jeder hat ihre eigene Weidefläche und wir genießen die Sonne bei ungefähr 2 Grad plus, meine ich, im Schatten. Ach, wie schön! Endlich Sonne! Die Pink Ladies. Ne? Muisikinder? Schmeckt viel besser als so eine Katzengras zuhause. Das sind ja auch echte Weiderattler. Okay. Januar-Sonne lässt Enträge werden, da kommt man nicht mehr ganz so schnell. Na gut, fertig gefilmt. Ja, gestern hatten wir die Sonne und heute regnet es leider wieder. Echt Schietwetter bei ungefähr 5 Grad plus, soll aber ab morgen wieder eisig kalt werden. Mal gucken. So komm schnell, gehen wir mal weiter. Komm, wir gehen hier lang. Da hinten sind sie. Was seid ihr denn? Hallo Dex, guckst du da so fein? Tschüssi, kommst du auch her? Guck mal. Ohne Bestechung läuft halt nix. Achso, übrigens gestern war der 16. Jetzt weiß ich es auch, weil heute ist er der 17. drin. Ne, wir gehen hier lang. Guck mal, falsche Richtung. Komm Dex, komm. Ja, komm mit. Wie steht sie da? Sie denkt, wir gehen die Wasserfallrunde, aber ne, nicht bei dem Wetter. So, da geh ich halt alleine. Ich höre das. Zwei Radlockern. Da sind sie. Jetzt hier ist eine echte Ramboline. Zumindest hier draußen. So, fertig gefilmt. Doch nicht fertig gefilmt. Und wir müssen ja noch über die Brücke. Ja, ist ein bisschen Wasser runtergekommen. Noch nicht ganz so viel wie auch schon, aber ordentlich. Ja, jetzt tut die Mädels auch kein Problem, hier über die Brücke zu laufen. Jetzt hier, geh mal ein bisschen schneller jetzt. Komm. Schneller. Jetzt aber fertig gefilmt. Versuchen wir mal, die beiden Mäuse von alleine zu machen. Übrigens, vorgestern hatten wir auch schon Sonne, aber keinen Schnee. Dex, du bist noch angeschnallt. Warten. Und ab. Wir kommen. So. Wie war das auch vor? Gestern hatten wir ja hier nur Sonne gehabt, noch keinen Schnee. Gestern hat den ganzen Tag scheiße geregnet. Und heute Nacht hatten wir so ein Mini-Schneestürmchen gehabt. Also wirklich Schneestürmchen. Ganz krass. Und hat das hier liegen gelassen. Aber jetzt knallt die Sonne hier drauf. Das ist echt angenehm. Tschetsi hat eine Krähe entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht auf dem Film. Sie gibt ordentlich Gas. Und dann ist die Krähe weg. Tschetsi hat keine Lust mehr, aber Dex schon noch. Mal gucken. Gell? Tschetsi auch, gell? Ja, wo bleibt ihr denn? Erst mal spielen. So. Siehst du? So fein gemacht. Oh, weil ich jetzt ein Leckerli gebe, mache ich das Handy kurz aus. Ist es jetzt Abund sist? Oh, ich hatt noch ein bisschen drauf. Ich spiele hier noch bei dem. Bzwit. So. Seid ihr jetzt fertig? Bzwit. Flick. Bzwit. 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 Bzwit.